was ist mit dem feuer eigentlich los hier drin oder es ist nur bei mir so das ganze haus brennt ja nein bei mir ist aber hier die tür voll verpackt die geht nicht mehr zu oder ist die bei euch zu das ganze haus ist nicht das ganze spiel ist völlig das haus brennt hilfe ich komme nicht mal aus der bank raus jetzt die bank ist gefährlich man sollte sich hier nicht hinsetzen wie das aussieht das haus das sieht aber bei mir ein bisschen verpackt aus da sind auf einmal zwei blöcke die senkrecht stehen anstatt quer die ganze hütte steht in flammen also bei mir bringt gar nichts ja dann müsst ihr euch dann mal bei mir das video angucken wieso kann ich hier nichts mehr drauflegen auf den scheißschrank alles also bei mir brennt hier nichts sicher dass die sonne meinst ja klar voll die sonne mitten im haus steht die sonne musst du dann mal schauen bei mir du bildest dir bestimmt nur wieder etwas ein genau hast du nicht gesagt du hast einen topf gehabt ja magst du den mal hier an den baum festmachen ne doch bitte machen also ich kann mal auf zum flugzeug kurz da reicht ihm ein eingeht da brauche ich doch warte muss ich ja mal hier ach so kann man das hier nicht dran bauen warte ich guck auch mal weiß was du meinst haben die denn mit dem spiel gemacht kann man sich hier eigentlich irgendwie ein kompass bauen oder sowas kann man finden bei deinem baumhaus geht bei meinem baumhaus ok hier einfach kein hase reingeht in die falle fertig wer die volle hat vorher schon mal zugeschnappt gehabt aber da war nichts drin machen die eingeborenen oder beziehungsweise die kannibalen rückwärts rollen immer auf die draufhaut die wollen halt kunststücke für dich vorführen in der vollen tschicke chance so noch mal weiter fällen es mag man auch immer keine bäume mehr füllen hellen oder kommt hast du den wagen mitgenommen ja wir haben zwei bei uns stehen bei stehen hier ich bin tot wie du bist tot ja ich bin tot kannst du vielleicht ja moment ich bin hier gerade mit dem eingeborenen gerade am gange junger sterb doch jetzt alter der bringt mich jetzt noch um äh leute problem kann mir einer helfen ja ich bin auch gleich tot bin denke ich zu weit weg aber ich versuche es wohl ja wäre nicht schlecht ach ja bist du okay ist er okay danke das ist das wie ich da mit seiner fackel auf dem rücken oder so hat oder kommt wieder einer wieder so ein typi war ich immer relativ leicht aber nicht mehr jetzt also ich habe ihn getötet ich hatte irgendwie volles leben der hat mich zweimal geschlagen und dann habe ich da gelegen ja ich hatte zum glück noch die rüstung gehabt aber die hält ja auch nichts aus deswegen ist es gut dass jan zum flugzeug geht und noch medizin und sowas holt ja ich versuche es dass ich mir darauf eingeborenen oder so treffen wollen wir den eingeborenen wieder einäscher oder wollte den lieber aufessen nee essen haben wir glaube ich genug ich habe wieder mehr flair munition also ich bin jetzt erstmal beim oberteil vom flugzeug also beim vorderteil wobei man kann doch so ein knochenteil bauen wo man die knochen reinmachen kann ja genau da können wir die ja sammeln können wir in unser scheißverbacktes haus reinmachen mal gucken ob es gleich immer noch brennt knochenhalter wo bist du oh hier hängt wieder ein lurch alter wie viele knochen hier am feuer liegen heftig hey hier hängt noch ein lurch und hier los zwei stück an einem baum okay die paren sich vielleicht gerade und du störst die dabei ja hier sind beide tot jetzt ja nice boah der typ hat aber auch echt eine ausdauer ich glaube ein stein hat mehr ausdauer okay ich sehe schon mal den strand dann kann der strand sind normalerweise irgendwo kanister wo ewig viele boxen wollen wo ist denn der andere wagen der müsste doch markiert sein also ich habe zwei stück bei mir die ich gerade befüllen also einer ist vor den zweiten mache ich gerade noch voll ganz gerne einen abholen kommen hier ist auch schon bald der halbe wald weg das ist das wichtigste natürlich scheiß auf medizin hauptsache alkohol aber ich habe keine sneakers also äh da ist übrigens einer und noch einer so ich komme mal wieder hoch zu euch ich rennen Richtung schneegebiet ja dann gab es aber am strand nicht da wo die container stehen gab es da ähm nicht irgendwie medizin drin ja da bin ich gerade hin unterwegs ah ok super ich finde es mal schön mal irgendwann eine spitzhacke bauen kann dann die großen steine zerhacken könnte also ich weiß man kann die steine zerhacken wenn du drauf schlägst bekommst du normalerweise so kleine steine raus also es ging die ganze zeit jetzt geht es scheinbar nicht mehr gerade haben wir sich so eine steinmauer bauen will mal hier damals lustigerweise immer vor der steinbauer die ganzen steine nachgespawnt so ständig ja da gab es ja auch diesen bug wo du alles verdoppeln konntest der war cool ja wenn du zu zweit warst und hast halt zum beispiel dein inventar voll gehabt mit sticks ne und der andere auch dann hast du einfach immer wieder neue sticks gesammelt und während du die aufgesammelt hast hat das so rumgepackt dass du im endeffekt die verdoppelt hast und es ging auch mit baumstämmen die konnte man doch irgendwie zu machen wo bin ich ich glaube wir haben eine offene tür in unserem schutzwahl aber nach hinten raus ne ne jetzt ist sie zu ich hab's hingekriegt die ist es so stünft ich bin hier 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 Wie ist es so still? Ja, erzähl mal was. Ich kann ja kein Musiker machen. Das ist auch gut so. Also ich wäre jetzt froh über ein bisschen Musik, wenn ich hier alleine rumlaufe. Oh, hier ist ein Eingeborener bei mir. Das ist schlecht. Alter, bin ich gerade erschrocken, Mensch. Was ist denn jetzt? Oh, da sind zwei. Wow. Ist eine Dusse. Oh, ne, nicht schon wieder. So ein Schlägertyp. So ein Schlägertyp. Ich komme von hinten. Komm, komm, komm. Kriegt ihr das hin? Oha. Mach schon die alte. Mach schon die alte. Ach komm, ich mache das schnell. Wie sich das anhört, ey. Wenn man da nicht dabei ist und weiß, um was es geht, ne? So, beide Platz. Ja, Kopf abhacken ganz schnell noch. Ich finde das immer lustig, wenn du die Eingeborenen, den eigenen abgetrennten Kliegmaß noch zusammengeschlägt. Das haben wir mal ausprobiert. Oha, wir haben ein neuer Fußfettischist in der Runde. Jan, du bist nicht mehr alleine. Ey, jetzt bin ich mehr alleine. Nimmst du die Hand und gibst ihn nur auf. Das funktioniert auch noch wirklich der Scheiß. Ey, die ganzen dummen Vögel gerne an die Leichner, das hat auch mal gut. Also, wo bin ich jetzt? Ich hätte schwören können, dass hier irgendwo die Container sind. Jan hat sich verlaufen und findet nie wieder zu uns. Ja, ich sehe ja die Namen mal so. Die blenden wir gleich aus. Dann sehe ich immer noch das Hauszeichen. Blenden wir auch aus. Dann sehe ich immer noch den folgenden Warten. Der folgende Wagen rettet mich. Boah, geil, wie viele Zähne ich an meiner Axt hängen habe. Ja, geil. Ja, finde ich auch. So. Dummischerweise bin ich auch noch kein eingebundenen getroffen, oder kann die Ballen. So, beide Wagen voll. Ah, Moment. Oh, was ist denn das für ein Baum? So habe ich mir so noch gar nichts gesehen. Guck mal, ob an dem Baum eine Axt ist. Moment. Vielleicht ist es der Baum, wo die gute Axt drin hängt. Also, ich sehe keine Axt. Das ist eigentlich nur so ein fetter weißer Baum, also wirklich fett. Hm. Kann ich die füllen? Nee. Oh, aber ich sehe einen einzelnen Baum, der relativ verdächtig, äh, interessant aussieht. Ist der bei einem eingeborenen Dorf? Nee, der ist bei einer Klippe am Strand. Okay. Steht relativ allein. Ich renne mal hin. Und ich glaube, ich habe, äh, Segelboot gefunden. Na, da gab es auch mal einiges, ne? Gehen wir mal zum Segelboot. Ich habe eine Kaffette. Yay. Nein. Yay, er hat endlich wieder Musik.